Ich möchte nicht darüber sprechen. Aber ich, ich möchte drüber sprechen. Ich will zum Beispiel wissen, warum du nicht drüber sprechen willst. Aber in deinen Kreisen, da redet man ja nicht über sowas. Du redest über Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Was war mit dem Typen, den du abgeknallt hast? Was war denn mit dem Typen? Hat er dir auch nicht mehr in dein Kram gepasst? Oh ja, ich sehe es genau vor mir. Du wolltest ihn loswerden und dann hat er dir tierisch eine geschallert. Ich habe so einen komischen Traum gehabt. KLM-OLANDA-KOK952-BIN MADRID-IT-IT-IT-IT-IT-IT-IT-IT Jetzt führt ihn loswerden, wenn du nicht tror. Untertitelung des ZDF, 2020